Ach, hier muss es sein. Ausgezeichnet. Ah, hier wird schon das Drei-Gänge-Menü für heute Abend vorbereitet. Und der Saal ist auch schon festlich geschmückt. Nun, das Testament von Professor William Chetney wird heute Abend verlesen, der extra einen letzten Gruß für Sie hinterlassen hat. Doch zunächst möchte ich mich Ihnen einmal vorstellen. Ich bin der Herr hier links mit der schwarzen Weste und der Brille. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Norman Green und ich bin der Notar heute Abend. Und das hier ist mein Assistent Manfred. So, und da laufen die jetzt hin und versuchen den Schlüssel zu finden. Ach ja, der Schlüssel zu dieser Kiste. William hat sein Erbe darin versteckt. Fragen wir doch mal die Gäste. War super. Oh, ein Vogel. War wirklich geil, also ich könnte es nur empfehlen. Und das Beste ist, dass Gäste Gäste zum Lachen bringen. Ich wollte ihm meine Liebe erklären, aber er wollte auf mich schiessen. Das war schrecklich. Super Team, super Abend, super Vorstellung. Spitze! Super Performance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 81, Verdächtigste. Du blödes Dingo. Domultano Experiment. Dr. McChimmy. Sie sind von der Bergwacht, sehr gut. Wer den Schlüssel hat, hat auch den Mörder. Ob wir die Kiste öffnen können? Ich weiß es nicht. Am besten finden Sie es selbst heraus. Der letzte Welle. Das Professor William Chetney. Und sagt, bin ich aufgewohnt. Wer hat denn das Licht ausgemacht? Manfred!